In der Modebranche sind Makeovers schon lange in. Mittlerweile hat der Trend zur Generalüberholung auch Wohnungen und Gärten erreicht. Jetzt bietet Visit Orlando erstmals ein Makeover für die Ferien an. Am Stand von Visit Orlando auf der ITB können Messebesucher ihren alten Urlaub mit all seinen Problemen gegen das perfekte, maßgeschneiderte Ferienerlebnis eintauschen. Ganz gleich, wo Urlauber ihre Ferien bisher verbracht haben und wo die Schwierigkeiten liegen, sind Reiseexperten von Visit Orlando und America Unlimited versprechen schnelle Abhilfe. Wir haben immer nur Theater im Urlaub. Ich gehe gerne shoppen, mein Mann würde den ganzen Tag am liebsten nur auf dem Golfplatz stehen und meine zwei Kinder, der eine ist immer gelangweilt und der andere möchte nur Action haben. Haben Sie da irgendwelche Vorschläge für mich? Orlando ist natürlich dafür das perfekte Ziel. Wir haben hier mal ein sehr preisbünstiges Angebot zusammengestellt, 899 Euro beispielsweise schon mit Flug. Während Sie beispielsweise in den ganzen Shopping-Malls in Orlando shoppen gehen können und auch die Transfers von den Hotels nutzen können, die kostenlos sind, kann Ihr Mann auf den Golfplätzen spielen, die sich im Hotel schon anschließen. Und Ihre Kinder können am Pool liegen, am Pool spielen. Natürlich besonders interessant für die Kinder sind in Orlando die ganzen Erlebnisparks, wie Walt Disney World Resort in Orlando oder eben Universal Studios, was hier auch schon eingeschlossen ist, Sea World, also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Orlando ist natürlich dafür wirklich dann das perfekte Ziel. Warum gerade Orlando ein Ferien-Makeover anbietet, liegt auf der Hand. Ja, es gibt gar nicht so viele Ziele, die überhaupt einen Urlaub für jedermann maßschneidern können. Orlando hat da großes Glück, denn die Stadt ist zwar bekannt für ihre sieben großen Themenparks, aber wir haben auch 176 Golfplätze, wir haben 20 Wellness-Center, eine Einkaufsfläche, die so groß ist wie 676 Fußballfelder, wir haben einen 13 Kilometer langen Kulturkorridor, wir haben mehr auf beiden Seiten mit Traumstränden und über 2000 Seen und Flüsse. Also wir müssen wirklich nur in den großen Orlando-Schminkkoffer reingreifen und das passende für jeden rausholen. Jeder, der am ITB-Stand von Visit Orlando vorbeischaut, kann den persönlichen Traumurlaub auch gleich gewinnen. Und wer nicht persönlich auf die ITB kommen kann, hat die Möglichkeit, sein Ferien-Makeover online durchzuführen. Wer auf visitorlando.com.de bis zum 28. April schildert, warum sein Urlaub dringend generalüberholt werden muss, hat die Chance, ein persönliches Makeover und die maßgeschneiderte Reise, die dabei herauskommt, zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen Traumurlaub für vier Personen in Orlando, inklusive Flug-, Hotels-, Transfers-, Themenpark-Tickets nach Wahl für Walt Disney World, SeaWorld Orlando oder Universal Orlando und vielem mehr.